Moin Leute, willkommen zurück bei den PS-Tipps. Wie ihr schon sehen könnt, heute einmal das Thema Blattfedern. Und auf die Einzelheiten der unterschiedlichen Bauweisen, die wir hier haben, gehen wir mal ein bisschen ein. So, die erste Ausführung, die wir hier haben, sehr massiv, wie wir schon sehen können, das ist ein sogenanntes Blattfeder-Paket. Die einzelnen Federelemente sind übereinander geschichtet und mit einem sogenannten Herzbolzen, der hier einmal quer durchgeht, verbunden. Das verhindert, dass sich die Federn gegeneinander in Längsrichtung verschieben. Auch haben wir hier Federbriegen, die eben das seitliche Verschieben der Federn auch verhindern. Finden wir sehr oft im Baubereich, geht ein bisschen zulasten des Komforts, aber die Langlebigkeit ist eben wesentlich höher als zum Beispiel bei Luftfederung. Bei der zweiten Variante, die wir hier haben, sehen wir schon einen deutlichen Unterschied zu dem Feder-Paket von eben. Das Grundprinzip ist hier genau dasselbe. Die einzelnen Federelemente sind mit einem Herzbolzen verbunden. Auch haben wir hier eingepresste Gummibuchsen, die sind geräusch- und schwingungsdämpfend. Mit denen wird die Feder dann an dem Fahrzeug befestigt. Auch dient der Herzbolzen zur Ausrichtung der Achse. Wir benutzen dann U-Bolzen, die auch seitlich führend sind, um die Blattfeder dann an der Achse zu befestigen. Diese Blattfederausführung finden wir häufig oder in den meisten Fällen bei Transportern. Die dritte Variante, die wir hier haben, ist wieder deutlich massiver ausgeführt. Wir haben hier zwei Federelemente. Eine Buchse, mit der wir die Feder am Fahrzeugrahmen befestigen können. Hier ist eine Auflagefläche für die Achse, die hier montiert wird. Auch wieder mit Herzbolzen zur Ausrichtung der Achse, zur Befestigung der Achse. Gleichzeitig haben wir hier noch eine Aufnahme für eine Luftfederung, mit der wir dann die Hinterachse anheben oder absenken können. Noch ein ganz wichtiger Tipp zum Schluss. Wenn ihr doch mal Federpakete wie diese hier austauschen solltet, achtet bitte immer darauf, denselben Federtyp wiederzunehmen. Das heißt, dieselbe Anzahl an Federn mit derselben Federstärke. Passiert das nicht, kann das zu Problemen mit der lastabhängigen Bremse führen. Die geht davon aus, dass das Fahrzeug unter einer gewissen Gewichtslast und einem gewissen Wert absinkt. Ist der Wert anders, ist die Feder anders ausgerichtet, anders ausgelegt, kann das zu Problemen führen. Falls ihr zum Thema Blattfedern oder anderen Themen noch Fragen habt, wendet euch auf jeden Fall an unseren Helpdesk. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.